Wunderschönen Tag, lieber Bürger, liebe Bürgerinnen, Ahoi Piraten, Ahoi Freibäuter, interessierte Bürger und alle, die gerade zuhören. Am 17., das ist diesen Samstag, findet eine absolut wichtige Demonstration statt, und zwar gegen TTIP und auch gegen CETA. Es geht um unsere Demokratie und um unsere Werte. Wir, das sind die Parteien, die APOS, die aufrufen, auf die Straße zu gehen, in den Standorten zum Beispiel in Berlin, in Köln, in Stuttgart, in Frankfurt und vielen anderen Städten. Es geht darum, dass ein Freihandelsabkommen nicht frei ist, nur weil es der Name drin ist. Die Demokratie als solches wird aus meiner Sicht mehr als umgangen. Es wird umgangen und wir als Bürger werden versucht, dass es uns klar gemacht wird, dass wir im Endeffekt Rechte haben, nämlich die freie Rechte. Diese freie Rechte kommen in diesen Abkommen nicht vor. Ich bitte euch und bitte Sie, bitte jeden, der auch nur ansatzweise Zeit hat, am 17.09. zur Demonstration hinzukommen. Wir Piraten, wir rufen dazu auf und sind seit Anfang an gegen ein TTIP und gegen CETA. Und ich werde zum Beispiel in Frankfurt sein und freue mich auf Regenwürse besucht. Danke euch!